Ich bin Lee Hirschl, ich bin 29, ich wohne mittlerweile in Saarbrücken. Meine Generation sagt leider, wir werden bei Bosch nicht in Rente gehen in Hamburg. Aber nicht, weil wir es nicht wollen. Und das ist das, was sich ändern wird. Ich will für mich, für meine Generation, für alles, was nach uns kommt und alles, was noch ein Stück vor mir ist, ich will Sicherheit für uns haben. Und das ist das, wofür Bosch auch in Zukunft stehen sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017